Halleluja, der Erlöser ist da. Der Heiland ist wiedergekommen. So oder so ähnlich wird in diesen Minuten überall auf der Welt die Wiederkunft des Gottessohnes gefeiert, der nach über 2000 Jahren in der Nähe von Bielefeld erschienen ist, um die Menschheit zu befreien. Die Aussöhnung aller Völker ist in greifbare Nähe gerückt. Da sind sich die Theologen aller Religionen einig. Dazu gleich mehr. Zuvor aber einen Bericht über einen Hund, der vier Katzenjunge adoptiert hat, das neue Parfum von Menowin Fröhlich und einen dämlichen Einbrecher, der versucht hat, Franyo Poth auszurauben. Switch.